Schon los? Nein, Soundcheck muss ich, Moment. Wo soll ich hineinsprechen? In das Mikro, gut. Ja, es ist kein anderes da. Das geht schon. Entschuldigung. Das Gelbe ist ein Bienenschwamm. So, Herr Feimann, was passiert jetzt mit der SPÖ, wo sie verboten wurde durch den Kaiser Otto von Habsburg? Ja, Kaiser Otto hat die SPÖ verboten, aber wir werden die SPÖ in die Zukunft retten. Moment, Moment, Sie müssen auf den Zugang, Sie spucken auf das Objektiv. Gut, weiter geht's. Wir werden die SPÖ in die Zukunft retten mit dem Projekt Phönix, das ich Ihnen gerne kurz vorstellen möchte. Umwählen, die Barschen, die eh nur. Entschuldigung. Komm, einsteig ein, danke. Ah, alles gut. So, bitte anschnallen, gell. So, bist du das klar, was ich mir gesagt habe vorher? Nein, wahrscheinlich nicht. So, wir fahren jetzt zwei bis drei Stunden da, ja. Ja, wie? Ja, was is'n? Wie lange fahren wir denn circa? Lang nur. Jetzt habe ich keine Hosen für den mit, hoffentlich geht nichts schief, ne? So, einmal schlafen und wir sind da. So, wir sind schon da. Sind wir schon da? Ich habe einen Hunger. Ja, kriegst gleich was. So. Grüß Gott. Ja, die kennen die eh. So, Sie von der Kronenzeitung und von der 3, Sie kommen mit. Ja. Die waren schon von zwölber gekommen. Und Gott, vergeht nicht. Ach, komm auf. So. Schönes Interview machen. Grüß Gott. So, der Mann da vorne gibt dir da was zu essen. Grüß Gott, ich hätte gerne Würstel, bitte. Ja, grüß ich. Aber du zum die Haut rüber, gell, und aufschneiden. Grüß Gott. So, da gehen wir jetzt nach vorne. Da vorne, da sitzt keine Jäger. Da vorne, ja? Brauchst du nicht fürchten. Grüß Gott. Grüß Gott, Feinmann. All Jäger. Grüß Gott, Feinmann. So, jetzt setzen wir uns hin, gell. Na, geh bitte nicht auf meine Hauntasche. So, das nehme ich, damit ich das nicht hinmassen werden. So, das ist die Anweseneitsliste. Alle, die was heute da sind. Der Werner hält dann eine Rede und das neue Hirnstuhl, ja? So, jetzt muss ich jetzt an die Rede halten. So. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich und ich stelle Ihnen jetzt das Projekt Phoenix vor. Grüß Gott. Mit dem Projekt Phoenix werden wir die SPÖ in die Zukunft retten. Wir werden uns 25 Jahre lang in diesem Stollen hier einsperren und wir haben zwei Vertreter, jeweils ein Mandel und ein Weiberl von allen wichtigen Teilorganisationen. Grüß Gott. Grüß Gott. Teilorganisationen und Vorfeldorganisationen. Da, wir haben zwei von den Jusos, zwei vom VSSDÖ, zwei von der Gewerkschaft, zwei von der Arbeiterkammer, zwei vom ABÖ und zu Sicherheit auch zwei treue Journalisten von der Krone. Brüten heißt es 25 Jahre lang. Schaut das. Grüß Gott. So, wie ein Katzl schleiche ich mich an da. Wir sind in den Häuschen drei. So. Katzl, pass auf, du hast es vergessen. Ah ja, den Calimero. Nein, doch. Auffressen. Mit Zombrero, gell? So, das ist der Herr Mirko. Aha. Der wird das dann in die Luft jagen. Na gut, Herr Mirko, da los ist es, wir haben wahrscheinlich aus den Jugoslawien noch genug Erfahrungen. Das macht der Mann. Welcher Mann? Der Ausländer. Achso, der sprengt das alles in die Luft. Das ist der Sprengmeister Mirko. Der wird da jetzt das alles in die Luft jagen, weil wir ja jetzt im Untergrund sind mit der SPÖ. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Herr Mirko wird 50 Mal kurbeln, die Ladung, dann ist die Ladung geladen und dann macht's boom und dann sind wir gewissermaßen teuerinnen für 25 Jahre eingesperrt. Im Untergrund sind wir ja von dem. Was ist? 25 Jahre. Komm mit. Mach keine Frage. Was ist soll ich jetzt oder was? Okay. Jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, zwölf, vier, eins, zwölf, zwölf, vier, zwei, zwei, fünf, sechs, sieben, eins, zwölf, zwölf, viert, zwei, zwei, drei, vierais, fünft, Hirn, sechs, sieben, seit launched in February, neun Jetzt haben wir uns eingesperrt, jetzt kann uns der Kaiser nicht mehr finden.